Seit Jahrzehnten ist das Ambassador das wohl beliebteste und auch bekannteste Zelt auf dem deutschen Markt. Jetzt haben wir sogar zwei Modelle, das Ambassador Emotion und das Ambassador Seed. Der Unterschied liegt im Material. Das Ambassador Emotion fertigen wir aus unserem Isatex-Gewebe, was exklusiv für Isabella hergestellt wird. Dieses Gewebe ist von außen beschichtet, aber von innen hat es eine starke Gewebeeinlage. Das hat den Vorteil, die Feuchtigkeit kann in das Gewebe einziehen und im Gewebe verdunsten. Sie haben eine deutlich reduzierte Schwitzwasserbildung, es ist aber trotzdem leicht und lässt sich sehr gut durchspannen. Das Dachmaterial ist ebenfalls von außen beschichtet, aber von innen auch mit einer starken Gewebeeinlage. Auch hier haben wir den Vorteil, Feuchtigkeit kann einziehen und im Dach verdunsten und Sie haben somit nicht diese Tropfenbildung vom Dach. Selbstverständlich lassen sich alle Vorder- und Seitenteile komplett herausnehmen oder auch wie hier zu einer Veranda abklappen. Beim Gestänge haben Sie die Qual der Wahl. Sie können entscheiden, ob Sie ein sehr stabiles 32 mm Stahlgestänge, unser Megaframe haben möchten, ein Zinox-Stahlgestänge oder zum Reisen und für Saisoncamping unser sehr leichtes, aber auch sehr stabiles Carbon-X-Gestänge. In der Vorderfront befindet sich eine Gaseentlüftung, die Sie in der Höhe verstellen können. Je nachdem, wie die Wetterlagen gerade sind oder wie Sie es brauchen, können Sie diese Entlüftung öffnen oder schließen, je nach Bedarf. In beiden Seitenteilen befindet sich eine große Lüftungsgase, die sich mit einer Folienabdeckung schließen lässt. Diese Folienabdeckung rollen Sie einfach nach unten runter. Sie können die rechts und auch links mit einem Reißverschluss schließen, aber auch unten quer, sodass es zu ist wie ein Fenster, wenn mal der Wind direkt drauf steht. Das Ambassador Emotion ist ideal für alle, die ein pflegeleichtes Zelt suchen, aber kein Voll-PVC mögen. Sie wollen kein Schwitzwasser, trotzdem möchten Sie es ohne Probleme komplett abwaschen können. Dann sind Sie mit unserem Ambassador Emotion ideal bedient.